Beim Essen geht es ja in erster Linie um das Was, aber auch um das Wie. Und damit meine ich nicht die Tischmanieren, darüber können wir gerne mal ein Extra-Video drehen, sondern ich meine die Auf- und Zubereitung von industriell vorverarbeiteten Nahrungsmitteln. Da wird uns einiges erleichtert, aber wir zahlen auch einen hohen Preis dafür. Und deshalb kommen mir fünf von diesen vermeintlichen Nahrungsmitteln nicht mehr auf den Tisch und schon gar nicht in den Mund. Ihr wollt wissen, welche das sind? Na, dann los geht's! Im Supermarkt ist ja alles schön vorbereitet für uns und da denkt man ganz schnell, hm, wunderbar, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Aber in vielen Nahrungsmitteln lauern Gesundheitsgefahren und leichter bedeutet meistens nicht unbedingt gesünder. Das heißt, ich möchte euch heute auch für die Zutaten in bestimmten fertigen Nahrungsmitteln sensibilisieren. Heute geht es deshalb um Fertigmüslis, um Mehle, um abgepackte Salatblätter oder auch um Frittiertes. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum denn dieser Teller hier leer geblieben ist, dann kann ich nur sagen, gut beobachtet, er bleibt auch leer. Denn ich esse schon seit langem keine Fleisch- und Wurstwaren mehr, insbesondere aus ethischen Gründen. Aber für euch habe ich in meiner Einkaufstasche jede Menge unverarbeitete und schmackhafte Argumente gegen den Fleischkonsum. Und zwar aus gesundheitlichen und ästhetischen Gründen. Also seid gespannt, lasst uns mal mit Fertigmüslis anfangen. Mensch, das sieht doch super gesund aus. Fruchtig, knusprig, gut gemischt und wunderbar handlich. Aber hier lauert die Falle. Neulich habe ich doch tatsächlich im Supermarktregal 16 verschiedene Müslis gezählt. Und als ich dann auf die Inhaltsstofflisten geschaut habe, der Wahnsinn, zwölf davon enthielten hohe Zuckermengen. Ich habe mal dieses Müsli hier herausgenommen. Und wie es so meine Art ist, habe ich mich natürlich intensiv mit den Inhaltsstoffen auseinandergesetzt. Die lese ich euch jetzt gerade mal vor. Also, Hafervollkornflocken, Zucker, Palmfett, Glucose, Fructose, Sirup, Weizenvollkornflocken, Getreideextrakt, Reismehl, Zucker, Weizengluten, Gerstenmalzmehl, Speisesalz, Weizenmalzmehl, Gerstenmalzextrakt, Kokosraspeln, Karamellzuckersirup, natürliche Aromen, getrocknete, gezuckerte Cranberrystücke, Apfelzubereitung, Speisesalz, Säurungsmittel, Zitronensäure, Antioxidanzmittel, Ascorbinsäure, gefriergetrocknete Erdbeerstücke, gefriergetrocknete Himbeerstücke, Passionsfruchtpulver, Maltodextrin, Palmfett. Also, das ist ja mal eine schön lange Liste. Lang muss nicht schlecht sein. In dem Fall waren aber eine Menge Inhaltsstoffe drin, die wir nicht haben wollen. Was mich aber besonders entsetzt hat, das ist der Zuckeranteil von 25,8 Gramm in 100 Gramm Müsli. Ihr müsst euch mal vorstellen, das ist immerhin roundabout ein Viertel des Gesamtprodukts. Also Leute, ich gebe ja zu, dass ich selber gerne Süßigkeiten esse. Dunkle Schokolade, Pancakes, Kuchen und so weiter. Aber dann bin ich mir dessen auch bewusst und kann den Zucker woanders wieder einsparen. Aber beim Fertigmüsli ist es doch so, dass häufig etwas Ungesundes unter dem Deckmäntelchen des Gesunden verkauft wird. Und viele sind sich dessen gar nicht bewusst, dass 100 Gramm eines Fertigmüslis schon mal den Zuckergehalt eines Stück Kuchens erreichen können. Und manche denken vielleicht, naja, ich achte ja drauf und kaufe immer Müslis ohne Zuckerzusatz. Achtung, dieser Hinweis ohne Zuckerzusatz sagt nichts über den tatsächlichen Gehalt an Zucker in einem Produkt aus. So gibt es zum Beispiel Fertigmüslis, die 20 bis 30 Prozent Zucker enthalten, ohne dass auf der Zutatenliste Worte wie Zucker oder Glucosesirup aufgeführt sind. Denn die Süßung kann ja auch aus enthaltenen Trockenfrüchten stammen. Da ist ja auch Zucker drin. Aber das ist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Lasst uns in dem Zusammenhang mal folgende Zahlen betrachten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die Weltgesundheitsorganisation empfehlen eine maximale Zufuhr-Obergrenze freier Zucker von weniger als 10 Prozent der Gesamtenergiezufuhr. Bei Kindern ist übrigens die maximal empfohlene Zufuhr geringer und bei Jugendlichen oder sportlich Aktiven kann sie auch höher sein. Ist ja logisch. Zurück zu den maximal 10 Prozent der Gesamtenergiezufuhr. Das würde zum Beispiel bei einer Aufnahme von circa 2000 Kilokalorien am Tag einer Menge von 50 Gramm freien Zuckern entsprechen. Zum Beispiel 10 Teelöffel Zucker oder auch 14 Stück Würfelzucker. So, und wenn man hier jetzt so 100 Gramm Müsli zum Frühstück isst, von diesem Müsli, dann hätte man nach dem Rechenbeispiel mit den 2000 Kilokalorien pro Tag ja schon die Hälfte der maximalen Zufuhr des freien Zuckers erreicht. Aber wenn sich einer jetzt noch sagt, naja, 100 Gramm, das reicht mir nicht, ich nehme mal 200, ist ja so gesund, dann wäre schon die gesamte Maximalmenge des freien Zuckers erreicht. Also Leute, ich möchte euch für solche Rechenbeispiele sensibilisieren. Und wenn man dann jetzt über den Tag hinweg sich denkt, naja, hier noch ein Stück Kuchen, hier noch ein bisschen Schokolade, Bonbons, Eiscreme, whatever, dann seid ihr sowas von schnell drüber. Und ich muss natürlich auch darauf hinweisen, wenn jemand einen niedrigeren Grundumsatz hat oder abnehmen möchte, dann gelten natürlich auch niedrigere Maximalwerte für die Zufuhr von freien Zuckern. Aber was sind denn jetzt freie Zucker? Darunter versteht man unter anderem Einfachzucker wie Glucose oder Fruktose, aber auch die Saccharide, wie zum Beispiel den Haushaltszucker, auch Saccharose genannt. Er besteht aus einem Molekül Glucose und einem Molekül Fruktose. Auch die Maltose gehört dazu. Sie besteht aus zwei Molekülen Glucose. Ihr seht also, für Zucker gibt es viele verschiedene Bezeichnungen. Aber mit freien Zuckern sind nicht nur Zugaben zu Nahrungsmitteln von herkömmlichen Zuckern gemeint, sondern auch von solchen, die zum Beispiel in Honig, in Sirupen, in Fruchtsäften oder in Fruchtsaftkonzentraten vorhanden sind und Nahrungsmitteln zugegeben werden. Übrigens bezieht sich die vorhin genannte Richtlinie nicht auf den natürlichen, in frischem Obst vorkommenden Zucker. So, wir haben jetzt über die verschiedenen Möglichkeiten von Namen für Zuckern gesprochen. Und da gibt es über 70 verschiedene Varianten. Wer soll sich die denn alle merken und dann auch noch in der Zutatenliste zuordnen? Deshalb hier mein ganz einfacher Tipp. Schaut immer auf der Nährwerttabelle eines Produkts nach, wie viel Zucker enthalten ist. Das ist ganz, ganz einfach. Unter der Angabe Kohlenhydrate findet ihr einen weiteren Punkt, der lautet, davon Zucker. Und dann habt ihr es letztendlich. Zucker gehören ja auch zur großen Gruppe der Kohlenhydrate. Und vielleicht findet ihr sogar ein Müsli mit einem niedrigen Zuckergehalt, das gute Zutaten enthält. Letztendlich ist es doch viel besser, sich ein Müsli selber zusammenzustellen. Und so zeitaufwendig ist das jetzt auch nicht. Zum Beispiel aus Haferflocken, Chiasamen, Nüssen, Äpfeln, Karotten und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und vor allem könnt ihr viel besser den Gehalt an freien Zuckern kontrollieren. Also beim Zucker in Müsli haben wir ein bisschen weiter ausgeholt. Aber jetzt wird es kurz und knackig. Mein No-Go Nummer 2. Abgepackte Salatblätter. Auch wenn es bequem ist, abgepackte, vorgeschnittene Salatblätter, Feldsalat oder auch Salatmix zur Hand zu haben, sie werden vermehrt. Das Risiko von Keimbesiedlungen, zum Beispiel Salmonellen oder auch Schimmelpilzen. Ist ja auch klar, sie befinden sich die ganze Zeit in einer feuchten Kammer, was Keimbesiedlungen fördert. Aber das ist meist nicht sichtbar und häufig sehen solche Blattsalate länger frisch aus, als sie eigentlich sind. Achtung! Wenn auf der Verpackung steht, laut Gesetz ohne Konservierungsstoffe, dann bedeutet das nur, dass keine künstlichen zusätzlichen Konservierungsstoffe entsprechend der gesetzlichen Richtlinien eingesetzt wurden. Das bedeutet aber nicht, dass nicht doch in die Trickkiste gegriffen wurde. Es können nämlich natürliche Methoden eingesetzt werden für eine verlängerte Haltbarkeit und einen schönen, frischen Look. Das können zum Beispiel Zitronensäure oder auch Essig sein, die per se schon mal konservierende Eigenschaften besitzen. Aber die Haltbarkeit kann auch durch bestimmte Verpackungsmethoden verlängert werden. Und dazu gehört auch die Verpackung unter Schutzatmosphäre mit Gasgemischen aus, zum Beispiel Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff. Dadurch sieht der Salat länger als normal frisch aus und die Nährstoffe, die ihr zu euch nehmen wollt, sind schon längst viel weniger geworden. Außerdem stellen auch solche Plastikverpackungen eine erhebliche Belastung für die Umwelt dar. Also kauft lieber Salatköpfe im Ganzen, wascht den Salat und bewahrt ihn im Kühlschrank auf. Noch eine ganz wichtige Information. Beim Schneiden von Salat tritt ja Pflanzensaft aus. Und darin fühlen sich Bakterien, insbesondere die gefürchteten Salmonellen, sehr, sehr wohl und feiern eine richtige Party. Und das kann natürlich auch zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Aber noch ein Tipp für zu Hause. Wenn ihr Salat vorschneidet, zum Beispiel für ein Meal-Prep, das mache ich ja auch, dann achte bitte darauf, dass das Messer besonders sauber ist. Denn wenn ihr vorher Fleisch geschnitten habt, Hühnchen, was auch immer und sich daran möglicherweise Bakterien befunden haben und ihr dann den Salat damit schneidet und das Ganze dann noch lagert, dann habt ihr die Bakterien wirklich persönlich eingeladen. Und sie werden auch in der Kühlung nicht abgetötet, sondern sie können sich dort weiter vermehren. Jetzt habe ich ja Fleisch schon mal kurz angesprochen, aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal geht es um Punkt Nummer 3 der Nahrungsmittel, die ich möglichst meide. Und zwar fettig frittiertes. Früher habe ich da schon mal zugegriffen, aber das hat sich geändert. Wenn ihr auswärts esst, zum Beispiel Streetfood, dann wird häufig dafür minderwertiges Fett eingesetzt. Und das wird dann auch noch oft mehrfach hintereinander immer wieder neu erhitzt. Also jetzt stellt euch mal vor, diese riesigen Becken mit Fett, die werden natürlich nicht jedes Mal beim erneuten Frittiervorgang wieder ausgetauscht. Beim Frittieren mit bestimmten Fetten können sich sogenannte Transfette korrekterweise Transfettsäuren bilden. Die erhöhte Zufuhr von Transfettsäuren verstärkt Entzündungsprozesse im Körper und erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen und Schlaganfälle. Aber beim Frittieren insbesondere von stärkerhaltigen Lebensmitteln kann auch Acrylamid entstehen, das als krebsfördernd eingestuft wird. Also mit meinen Informationen möchte ich euch natürlich nicht den Spaß an den Pommes verderben. Und es gibt Situationen, da passt das ja auch mal. Aber ich möchte euer Bewusstsein dafür schärfen, dass ihr nicht jeden Tag Frittiertes essen solltet. Kommen wir zu Nummer 4 der Nahrungsmittel, die ich mittlerweile meide. Brot, Gebäck und so weiter aus Weizenweißmehl. Ich liebe ja Brot und ich esse es auch täglich, aber eben möglichst nicht mit Weizenweißmehl beziehungsweise nur mit sehr geringen Anteilen davon. Weizenweißmehl, aus dem leider auch über 90% meiner geliebten Brezeln und Croissants bestehen, ist nämlich nicht förderlich für die Gesundheit unseres Körpers. Ein Grund dafür liegt darin, dass es so gut wie keine gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffe mehr enthält, wie zum Beispiel Mineralstoffe oder Ballaststoffe. Wir können also sagen, es ist leer und dabei Kohlenhydrat und Kalorien reich, ohne Benefits. Zudem hat es einen recht hohen Glutenanteil. Ich muss aber zugeben, dass das für mich keine große Rolle spielt, weil ich damit keine Probleme habe. Für Leute mit einer Glutenunverträglichkeit hingegen hat es eine sehr große Bedeutung. Weizenweißmehl wird zudem schnell im Verdauungstrakt zu Zucker umgewandelt, geht auch schnell ins Blut über und kann dort zu Blutzucker- und Insulinspitzen führen. Beim Wiederabfallen kann es zu starken Heißhungerattacken kommen und insgesamt sind erhöhte Blutzucker- und Insulinspiegel auch ungünstig für unsere Gesundheit. Klar Leute, ich relativiere das ja auch immer für euch und natürlich darf da kein Fanatismus entstehen. Mal eine Brezel oder ein Gebäck aus Weizenweißmehl ist noch kein Drama. Es kommt ja auf das gesamte Ernährungsmuster an, aber bei vielen Menschen besteht eben das gesamte Ernährungsmuster aus hohen Anteilen von Weizenweißmehlprodukten und das ist definitiv schlecht für die Gesundheit. Über Kohlenhydrate, glykämischen Index, glykämische Last, Blutzuckerspiegel, Insulin und so weiter habe ich euch bereits einige hilfreiche Videos gedreht, in denen ich auch eine Menge Essenstipps gebe. Und allen, die wie ich gerne Brot essen, möchte ich empfehlen, steigt auch auf Vollkornbrote um. Da gibt es verschiedene Varianten, zum Beispiel aus Vollkornmehlen, Schrot und oder Körnern. Bei Vollkornmehlen ist das ganze Korn enthalten, also auch die Schale und damit ebenfalls wichtige Mineral- und Ballaststoffe. Vollkornprodukte führen auch nicht dazu, dass der Blutzuckerspiegel so schnell und hoch ansteigt und auch wieder so schnell fällt. Damit werden Heißhungerattacken vermieden und Vollkornprodukte halten auch länger satt. In diesem Video hier erkläre ich übrigens, worauf ihr beim Kauf von Vollkornprodukten achten solltet und mit welchen Tricks die Lebensmittelindustrie arbeitet. No-Go Nummer 5, der Nahrungsmittel, die ich definitiv nicht mehr esse. Fleisch- und Wurstprodukte. Bevor ich zu den gesundheitlichen Argumenten gegen Fleisch- und Wurstkonsum komme, möchte ich noch kurz auf die ethischen Gründe eingehen. Ich esse aus ethischen Gründen kein Tier mehr. Mir geht es dabei vor allem um die vielen Aspekte des unwürdigen Verhaltens von Menschen gegenüber Tieren, mit denen ich nichts mehr zu tun haben möchte. Ich plane auch zum Thema Fleisch, wozu auch Fischfleisch gehört, noch ein extra Video. Ich möchte vorab nur Folgendes sagen. Beim Schlachten gibt es nichts. Einfach gar nichts zu beschönigen. Und auch dieses Argument, ich esse ja nur Bio-Fleisch, das gilt nicht. Denn spätestens beim Schlachten hört Bio auf. Auch diese Tiere wurden nicht in den Tod gestreichelt. Und was viele Menschen gar nicht wissen ist, dass sogenannte Bio-Tiere häufig in denselben Schlachtfabriken getötet werden, wie ihre Leidensgenossen aus konventioneller Tierhaltung. Kommen wir zu den gesundheitlichen Gründen, die gegen Fleischkonsum sprechen. Wusstet ihr, dass laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung insbesondere der Konsum von rotem Fleisch und Wurstwaren als Risikofaktor für Krebsarten wie Darmkrebs gesehen wird? Aber auch das Risiko von Herzerkrankungen und Schlaganfällen wird damit in Zusammenhang gebracht. Des Weiteren sind oft hohe Mengen an Cholesterin enthalten. Das kann sich negativ auf die Gefäße auswirken. Außerdem enthalten Fleisch und Wurst häufig hohe Mengen an gesättigten Fetten, die Entzündungen im Körper fördern können. Wir dürfen auch das Thema Antibiotikaresistenz natürlich nicht übersehen. In der Massentierhaltung werden häufig Antibiotika eingesetzt, um Krankheiten zu behandeln, die entstehen, wenn Tiere nah beieinander eng eingepfercht vor sich dahin vegetieren. Der Konsum von Fleisch, das mit Antibiotika behandelt wurde, kann zur Entstehung von antibiotikaresistenten Keimen führen. Und diese Resistenzen machen es dann in der Folge schwieriger, bakterielle Infektionen bei Menschen zu behandeln. Und das wiederum nimmt auch Einfluss auf die öffentliche Gesundheit. Bitte beachtet solche Aspekte auch immer bei der Diskussion, wenn es um Fleischkonsum geht. Fleisch und Wurst und Schinken enthalten häufig auch viele sogenannte Advanced Lycation End Products, auf Deutsch fortgeschrittene Glukationsendprodukte. Sie gelten als Risikomoleküle für den Zellalterungsprozess und schädigen körpereigene Moleküle, Zellen und Gewebe in vielerlei Hinsicht, fördern oxidativen Stress und Entzündungen. Was genau diese fortgeschrittenen Glukationsendprodukte sind und wie sie entstehen, habe ich euch schon mal in einem Spezialvideo zusammengefasst. Den Link setze ich euch wie immer in die Infobox. Kurz auch zu Pökelfleischwaren. Sie enthalten Nitritpökelsalz, aus dem unter Hitzeeinwirkung Nitrosamine entstehen, die Speiseröhren und Magenkrebs auslösen können. Und nein, Fleisch liefert nichts, was wir nicht auch woanders herbekommen könnten. Es ist mittlerweile erwiesen, dass Fleisch als Nährstofflieferant entbehrlich ist. Und dazu schreibt sogar die Verbraucherzentrale, schwarz auf weiß. Für eine gesunde Ernährung ist es nicht nötig, Fleisch zu essen, da alle darin enthaltenen Nährstoffe auch in anderen Lebensmitteln vorkommen. So, und jetzt bleibt uns natürlich noch über Vitamin B12 zu sprechen. Wusstet ihr zum heiß diskutierten Vitamin B12, dass durch die Entwicklung der Massentierhaltung die Tiere gar keinen Zugang mehr zu natürlichen Vitamin B12-Quellen haben und dass deshalb das Vitamin B12 in Futtermitteln zugesetzt wird? Sie erhalten also Nahrungsergänzungsmittel. Also statt den Umweg über ein leidendes Tier zu gehen, können wir doch Vitamin B12 gleich zu uns nehmen. Das erspart Tieren ein qualvolles Leben und garantiert uns die bestmögliche Versorgung. Und auch das Thema Fleisch als notwendige Proteinquelle ist mittlerweile überholt. Gute pflanzliche Eiweißquellen sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Kartoffeln. Die Liste ist lang und vielfältig. Sie bieten zusätzliche gesundheitliche Vorteile, wie Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine und andere sekundäre Pflanzenstoffe. Dabei ist es natürlich wichtig, verschiedene Proteinquellen miteinander zu kombinieren und sich nicht einseitig zu ernähren. Proteine und Aminosäuren, aus denen Proteine ja bestehen, sind ein Riesenthema. Und wenn ihr euch ein Video dazu wünscht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Es ist ja auch irgendwie bezeichnend, dass Weltklasse-Sportler wie Novak Djokovic, Lewis Hamilton, Venus and Serena Williams, Patrick Baboumian oder auch Timo Hildebrandt mittlerweile Veganer sind. Und die benötigen ja Unmengen an hochqualitativen Proteinen. Fazit, es gibt zahlreiche gesunde und pflanzliche Alternativen zu Fleisch, die die notwendigen Nährstoffe liefern, ohne die genannten Risiken. Und in Einzelfällen wie Vitamin B12 muss man natürlich supplementieren. Es gibt natürlich auch gute Fleischersatz-Convenience-Produkte und die sind oft besser als ihr Ruf, insbesondere im Vergleich zu Fleisch-Convenience-Produkten. Aber das ist ein Extrathema, auf das ich noch in meinem angekündigten Deep-Down-Video zum Fleischkonsum eingehe. Das waren jetzt fünf Nahrungsmittel, die ich nicht mehr brauche. Mir geht es auch darum, dass wir uns damit beschäftigen, woraus bestehen unsere Nahrungsmittel eigentlich, woher kommen sie und wie wurden sie vorbehandelt. Denn unser Körper besteht aus dem, was wir ihm zuführen. In dem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, alles Liebe euch! Bis zum nächsten Mal, alles Liebe euch!